Hey, I wanted to put my towel there. Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Nächstes Mal früher aufstehen. Du weißt, Frühstück nicht öffnet für noch 30 Minuten, oder? Ich weiß. Wollen wir mal sehen, ob sie noch was übrig bleibt, ne? Challenge. Ja, gut. Okay. Danke für sie. Endlich Urlaub, scheiß Winter in Deutschland. Oh, der Sonne ist coming out. Should better get protection. Your coffee. So unfriendly. She could be German. Ein Sternabzug. Also auf den Bildern sah das anders aus. Dafür bin ich acht Stunden geflogen. Pff, keine Kippe am Fenster. Das gibt zwei Sterne Abzug. Was machst du denn da? Und was sieht's denn aus? Einer muss sich ja machen. Uh, excuse me? What is this? I ordered bread. But sir, this is bread. It's the only bread we have. Choose your action. Komplein. Radical. Blitzkrieg. Weltschmerz. Rage. You call this bread? This is no bread. This is toast. It's soft. It's sweet. It has no crust. It has nothing to do with bread. This is duck food. Duck food. You understand? Wie soll man sich bei dem Geplätscher denn konzentrieren? Uh, what is this? A pink fruit? Oh, what? Look at this color. Oh, this fruit doesn't look like it wants to be eaten. I don't feel like this is safe. Oh, das ist mir zu exotisch. My stomach isn't made for this. Vor den Polen ist auch gar nicht sicher. Das ist ja lebensgefährlich. Oh, von einem Froschgequagel stammt aber nichts in den Reviews. Einstellungsabzug. Excuse me. You know you can't drink in public, right? What do you mean? I can't drink? No, you can't drink alcohol in public. Why not? It's illegal. If the police sees you do that, you get a huge fine. What? That's such repression. Is the whole country like that? Yes, of course. Choose your action. Complain. Assert. Weltschmerz. Radical. Blitzkrieg. We need to free this country from oppression. Get the Panzer. We need to free this country from oppression.